Musik Wir sind inspiriert von der Musik, die uns um uns herum entsteht, in der Stadt. Und entsprechend beeinflusst es auch, wie wir Songs schreiben und was für Songs wir singen am Sonntag in der Kirche. Mit dir fürchte ich mich nicht, denn du lässt mich nie allein. An deiner Seite kämpfe ich für ewige Sonnenaufgaben. Gott Pop, also das erste Mal, wo ich es gehört habe, ist einfach ein frischer neuer Sound für mich und mit sehr tief gehenden Texten. Musik 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 Vielen Dank.